Hallo, Herzlich Willkommen bei TickNogim. Ich zeige euch meinen Arbeitsplatz heute. Was nicht fehlen darf, ist ein Whiteboard für Konzepte, Skizzen und Aufzeichnungen. Da ist mein Schreibtisch, natürlich Laptop, Bildschirm. Ich bin Tablet-User, ich kann mit einer Maus nichts anfangen. Ich bin einfach ein Fan des klassischen Stiftes. Telefon natürlich. Dann Aktenschrank. Alles was unter Verschluss bleiben muss, steht bei mir direkt am Schreibtisch. Office Supplies. Re-Cup natürlich. Hier haben wir einen American Football von den Longhorns aus Austin. Longhorns. Wir haben vor zwei Jahren Relaunch, das war das offizielle Schild unserer Party. Das steht hier noch bei mir als Erinnerungsstück. Ich bin großer Gama Blackstars-Fan, die leider bei der WM dieses Jahr nicht dabei sind. Aber das ist ein offizielles Trainingstrikot von Puma. Hier zusammen runterkommen und ich eigentlich noch mein Fenster öffnen, weil dann sieht es hier so aus. Dann einfach nur ins Grün gucken. Ja. Und das auf sich wirken lassen. Hier haben wir nochmal einen Besprechungstisch für One-to-One-Meetings. Lego darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist Doktor U, die TARDIS. Dann unterstützen wir hier in Regensburg die Legionäre. Da kriegen wir dann immer ein Dankeschön. Das ist ein USB-Stick und ich bin froh, dass noch keiner rausgefunden hat, dass es ein USB-Stick ist. Sonst wäre ich schon nächstes Weg. Danke für den Besuch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.